Du hast Angst. Ich kann sie förmlich riechen. Jeder Mensch hat Ängste. Du und deine Angst, ihr zwei, ihr seid ganz normal. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Angst zu haben. Ich habe Angst auf dem Nachhauseweg vielleicht. Ich habe Angst vor Verlassenwerden in der Beziehung. Ich habe Angst vor den News. Wenn du Zeitung liest und du kriegst so ein beklemmendes Gefühl, Angst vor Flugzeugen, da könnte man abstürzen, Angst vor Podcasts. Das wäre ein dummes Gefühl, wärst du jetzt schon nicht mehr hier. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, Angst zu haben. Ganz viele Menschen haben Angst vor Sprechen vor Menschen. Lampenfieber ist eine Kumulation aus Ängsten. Angst vor dem Nichts in mir, dass du plötzlich da bist und denkst, Um was geht eigentlich das Thema des Podcasts? Du hast diese verschiedenen Ängste. Und jetzt kommt die coole Message. Du brauchst keine Angst zu haben. Jesus sagt nicht nur, es ist normal in der Welt, habt ihr Angst. Er sagt auch, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Du musst nicht mit deinen Ängsten leben. Im 1. Johannes 4,18 heißt es, Wo die Liebe reagiert, hat die Angst keinen Platz mehr. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Und die Bibel sagt, Gott ist die Liebe. Wenn du also mit deinen Ängsten da ganz alleine auf deinem Sofa sitzt, dann ist die Lösung, dass du Gott in dein Leben hinein einlädst. Und die Furcht wird verschwinden. Es ist wie Licht, das in die Dunkelheit reinkommt. Jesus sagt ja auch, ich bin das Licht der Welt. Ich habe so ein Licht mitgebracht. Ganz ein cooles Licht, kann man um die Ecke zünden. Ich weiß gar nicht, warum man das braucht. Aber vielleicht, ja, guck mal. Und dieses Licht kannst du in die Bereiche deines Lebens hineinleuchten lassen. Vielleicht sitzt du da und sagst, ich habe ja Gott schon mal irgendwie so, ich glaube an ihn, er ist ein Teil von meinem Leben. Und doch sind diese Ängste da. Dann ist es wahrscheinlich der Fall, dass du nicht alle Bereiche deines Lebens von ihm durchleuchten lässt. Das ist zum Beispiel die Beziehungskiste. Und du sagst, na, da entscheide ich selber. Und da ist Furcht da, da ist Angst da. Lass Gottes Licht in diese Kiste rein. Und da wird die Angst verschwinden. Und du kommst in eine Freiheit rein. Das ist vielleicht diese Angst vor dem Sterben, vor der Zukunft. Lass Gottes Licht in diese Angst hinein. Und die Angst wird verschwinden. Alles in deinem Leben ist immer getrieben von Furcht oder von Liebe. Und Furcht und Angst sind ein ganz schlechter Ratgeber. Lass dich von Gottes Licht füllen. Lass diese Liebe dein ganzes Leben durchfluten und alle Bereiche deines Lebens ausfüllen. Und du wirst angstfrei unterwegs sein. Und du wirst angstfrei unterwegs sein. Und du wirst angstfo Code für當然. Und du wirst angstbere PHILIP fluten. Und du we gehst comparatloch dass die privaten, die gefolge crocate zu einem Spiel. Und du weißtq tan 가자, danke. Veranstalt für uns mit dir?